Hi, ich bin Bruno Alexander und ich habe bei D-Discounter Titus gespielt. Außerdem habe ich mit Emil und Oskar Belton zusammen Regie geführt und die Drehbücher geschrieben. Wir werden heute, also wir sind David und Klara, gegen dich und deine Kollegin antreten in ein paar Challenges. Hi, ich bin Steffi, ich arbeite in diesem Bio-Hofladen und meine Kollegin Wiebke und ich, wir werden euch heute zeigen, wo der Hase langläuft. Okay, let's go! Wir bekommen Produkte aus dem Supermarkt gesagt, die wir dann an die Kasse holen müssen. Und damit es ein bisschen schwieriger ist, werden die sehr komisch ausgesprochen. Chin-Akle. Go, 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 go! Chin-Akle, was? Chin-Akle, Chin-Akle. Hä? Chin-Akle. 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 Ja unten, Scheiße! Guck, guck, guck! Achtung hinten rum! Außen, außen rum! Nein! Geh, Junge, geh, geh, geh! Knotschi. Knotschi! Knotschi, Knotschi, Knotschi! Knotschi! Ja, ja, ja. Mann, hat… Wo ist die Karte? F*** in den Herbst? Ich laufe ihr nach! Oh, der ist so. Komm! Los, ich bin! Yes! Go, go, go! We can! 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 Was? Keine Ahnung. Komplett auf den Schlauch, Digga! Lauf in uns! Und ihr! We can! We can! Ja! We can! We can! We can! Ich esse die immer, Digga! Und ihr, Steffi! Beifall unten! Ich will gar nicht mehr Gäste! Ich will gar nicht mehr Gäste! Ja! Ah! F**k! Dreckli-Ursäft. Dreckli-Ursäft. Dreckli-Ursäft! 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 Ich hab die Gewinnmusik geholt, dann! Nein! Ah! Ja! Ja, der ist so. Hi, E-Bone. Oh, ich bin so. Oh, sag ich's im Laut. Nein, ich darf die andere Richtung. Andere Richtung, okay? Hör mal, sie bleibt da. Warte, die hat deine Hand, Digga, die weiß. E-Bone, die will ja auch klingeln. Ah! Die sind in Chili drin, ja? Ah! Ja, Mann. Ja. Oh, das gibt's doch nicht. F**k, wir waren so gut dabei eigentlich. Wenn ihr Kommentare... Was ist dein Lieblingssnack? Schreibt's in die Kommentare. Schreibt doch mal... Ja! Okay, okay, komm. Schreibt einfach mal in die Kommentare, was euer Lieblingssnack ist. Das wird uns interessieren. Ja. In der nächsten Challenge geht's darum, alles für einen perfekten Prime-Video-Serienabend einzukaufen. Da füllen wir 50 Euro und müssen möglichst nah auch an diesem Preis am Ende liegen. Auf die Pizza! Fertig! Los! So, was ist euer Zahn? Auf jeden Fall gehören unheimlich gut Dissertien dazu. 9 Euro. 9, 9, 9, 9. Und noch ein paar Nüsse. Warte, warte, warte. Okay, 6 Euro, das ist schon mal gut. Nehm ich das auch noch. 12. Ja, okay, das sind schon mal 18 Euro. Schön lecker Eis. Wir haben jetzt einen guten Käse für 18 Euro. Wie viel ist der? Das ist 7,16 Euro. Ist das wirklich direkt 18 Euro? Ja, ungefähr. Ungefähr. Warte, guck mal. Oh, 18 Euro. 18 Euro, 18 Euro. Wir haben heute einen kleinen Raclette-Abend geplant. 19,90 Euro. Okay, 45 Euro. 45 Euro. 5 Euro noch. Wir werden uns noch ein bisschen Ofenkäse in den Einkaufsagen packen und noch ein bisschen Punsch. Wir können uns ein bisschen Zeit lassen, ja. Wir haben jetzt schon ein bisschen was zusammen. Wir chillen jetzt erstmal ein bisschen. Okay, und weiter. Erst mal abend. 49. 9, wir sind durch. Was ich ganz gerne auf eine Raclette tue, ist so ein bisschen, wie heißt das noch? So Kresse oder sowas. Kresse, genau. Ich tue ganz gerne mal Kresse obendrauf. Oder du auch? Ja, voll. Und jetzt nur 50 Cent. 50 Cent noch. Ich mag besonders gerne. Perfekt. Kleine Mini-Schokolade für David. Ja, wir haben uns fürs Eis entschieden, weil Peter mag so Kaffee-Eis ganz gern und hat gefragt, ob wir ihn welches mitbringen können. Und ich mag fruchtiges Eis. Nachte so ein kleines Himmelsorbeten. Guten Tag. Hallo. Hi. Na? Na? Für die salzigen Fans, paar Chips. Voll, voll. Und hier Getränke. Das macht dann 49,50 Euro. Wirklich? Let's go! Geil. Das war laut. Das war laut. Das war laut. Ich trinke schon ein bisschen länger, ja. Okay, krass. Auf jeden Fall nicht schlecht. Guten Tag. Moin. Für unseren Filmabend. Chips. Und Dip. Und was für den Durst. Ein bisschen Familienpunsch. Ah. Wir haben nur 50 Euro. Also hier zurück. Wir müssen bitten, den Laden zu verlassen. Ja. Wir haben hier bei uns eine Vielfalt an frischem Obst und Gemüse. Und wir schauen jetzt einfach mal, wer die meisten Sorten von uns kennt. Litchi. Kumquats. Kumquats. Das ist wie eine Spezialität. Mango. Kacki. Marakuya. Schwarzwurzel. Was denn? Was für eine Schwarzwurzel. Das habe ich noch nie gesehen. Fenchel. Sehr. Sehr gut. Das freu ich dich. Sehr gut. Das geht doch so. Ach komm. Topinambur. Ich habe das vorhin noch gesehen und dachte, das ist Inga. Ja. Schade. Aber hat trotzdem Spaß gemacht. Genau. Hat viel Spaß gemacht. Hat wirklich viel Spaß gemacht. Und falls ihr euch auch einen gewinnere Grunsch. Ja. Dankeschön. Und es hat auch Spaß gemacht. herzlich. Ja. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und abonniert den Prime Video Kanal. Und falls ihr Bock habt, guckt euch sehr, sehr gerne die Discounter bei Prime Video an. Tschau. Tschüss.